Sie haben Fremdwährungsrisiken. Sie haben Fremdwährungsrisiken aus Handelsgeschäften und suchen für diese eine Sicherung? Sie möchten bereits heute Kalkulationssicherheit erreichen, ohne dafür gesondert Liquidität aufzuwenden? Dann könnte das Devisentermingeschäft für Sie interessant sein. Und so funktioniert es. Sie treffen mit der Commerzbank eine vertragliche Vereinbarung darüber, die beiden Währungen an einem festgelegten Termin in der Zukunft, dem Fälligkeitstag, zu tauschen. Sowohl die zu tauschenden Beträge als auch der Kurs, zu dem der Währungstausch stattfindet, der Terminkurs, werden schon heute fixiert. Der Terminkurs errechnet sich dabei aus dem heutigen Kassakurs und einem Auf- oder Abschlag, dem sogenannten Swapsatz. Der Swapsatz ergibt sich im Wesentlichen aus der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungsräumen des Wechselkurspaars. Am Fälligkeitstag tauschen beide Parteien dann verpflichtend die Währungen zu dem vereinbarten Terminkurs aus. Das bedeutet für Sie, dass Sie schon heute die fließenden Beträge kennen und Planungssicherheit haben. Allerdings besteht für Sie nicht die Möglichkeit, an den Kursschwankungen des Wechselkurspaars teilzuhaben. Mit Abschluss des Devisentermingeschäfts gehen Sie die folgenden Chancen und Risiken ein. Der festgelegte Terminkurs bietet Ihnen Planungssicherheit für Ihre Fremdwährungsposition. Abhängig vom Kassakurs am Fälligkeitstag können Sie mit dem Devisentermingeschäft einen Vorteil erzielen. Sie tauschen zu einem für Sie günstigeren Kurs. Sie müssen bei Abschluss keine Prämie zahlen. Der Marktwert kann sich für Sie positiv entwickeln. Bei vorzeitiger Auflösung erhalten Sie eine Ausgleichszahlung. Der Terminkurs ist festgelegt. Das Devisentermingeschäft bietet Ihnen daher keine Partizipation an für Sie positiven Kursentwicklungen. Abhängig vom Kassakurs am Fälligkeitstag können Sie mit dem Devisentermingeschäft einen Nachteil erzielen. Sie tauschen zu einem für Sie ungünstigeren Kurs. Das Devisentermingeschäft ist rechtlich unabhängig von Ihrem Grundgeschäft. Wenn sich die Zahlungsströme aus Ihrem Handelsgeschäft nicht realisieren, bleibt Ihnen das Fremdwährungsrisiko im Devisentermingeschäft erhalten. Sie müssen Ihren Verpflichtungen am Fälligkeitstag auch dann nachkommen. Bei Geschäftsabschluss hat das Devisentermingeschäft einen aus Ihrer Sicht negativen Marktwert. Der Marktwert kann sich für Sie negativ entwickeln. Bei vorzeitiger Auflösung müssen Sie eine Ausgleichszahlung leisten. Zusammenfassend ist das Devisentermingeschäft für Sie ein passendes Instrument, wenn für Sie die Kalkulationssicherheit gegenüber der Partizipation an für Sie positiven Kursentwicklungen im Vordergrund steht. Mit dem Commerzbank FX Live Trader schließen Sie das Devisentermingeschäft übrigens mit nur einem Klick ab. Z Mit dem Commerzbank FX Live Trader sch Темko es um 304,